Brest-Ovat-Gabania befindet sich im östlichen Teil des Landes, nur einige Kilometer von der Stadt Burr entfernt. Thermalminerale Quellen sind nach der einstigen Vulkanaktivität entstanden und bestehen aus einem geologisch betrachtet komplexen Boden und ihre Temperatur liegt über 40 Grad Celsius. Diese natürlichen oligomineralen Heilwasser werden erfolgreich in der Therapie der chronischen Erkrankungen der Gelenke, Muskeln und der Knochenverletzungen benutzt. Ihre Wirksamkeit wurde auch bei Haut-, Nieren- und Nervenerkrankungen bewiesen. Der Kurort hat neun Quellen. In Brest-Ovat-Gabania gibt es mehrere Hotels und Villen. In den Wäldern gibt es gute Wanderwege und einige führen sogar zum Bohrsee, wo man im Sommer baden kann. In dieser Gegend befindet sich die Slotzka-Höhle, für welche Speleologen sagen, sie habe die längsten unterirdischen Wege von allen Höhlen in Serbien.